Bin ich tatsächlich das Beste, was aus mir zu machen war? Oder bin ich die Summe meiner Versäumnisse? Ist mir doch wurscht. Ich bin hier, weil mich die Marketingstrategische Herausforderung klingt. Das ist mal was anders. Morg die Eile! Ich liebe dich! André, ich bin's, Christina. Alles okay mit dir? Du wirkst etwas psychotisch. Ich wirke nicht, ich bin psychotisch! Wir wollen groß zu dir! Sorry! Je schneller wir anfangen, desto schneller sind wir fertig. Je schneller wir fertig sind, desto schneller sind wir hier wieder weg. Dieser Neuronazi geht mir jetzt schon auf den Sack. Also ich finde, dass Tim extrem gut organisiert wird. Solche Leute brauchen wir im Team. Ich sag immer, Sympathie schlägt Kompetenz. Warum vertraut ihr Alexa und Siri eure Geheimnisse in Form eurer dümmsten Fragen an? Und warum sammelt ihr bei jedem Einkauf Bonuspunkte, nur um irgendwann eine beschissene Edelstahlpfanne gratis zu kriegen? Bin ich die Summe meiner Versäumnisse?